Hallo mein Name ist Tim Setzer und ich habe Dual Elektrotechnik bei Bosch Rexroth hier in Erbach studiert. Wir hier bei Bosch sind eine große Familie und unterstützen uns gegenseitig. Wir sind in der Automatisierungstechnik tätig, das heißt wir entwickeln Steuerungen für Industrieanlagen, aber auch elektrische Antriebe und im Hydraulikbereich ist Bosch Rexroth tätig. Die Ausbildung hat sich, je länger ich dabei war, etwas gewandelt. Zunächst hatte ich mehr in der Entwicklung unterstützende Tätigkeiten und war mehr auf Aufgabenstellungen von anderen angewiesen. Später durfte ich viel mehr eigenverantwortlich arbeiten und hatte auch eigene Projekte. Als besonderes Projekt im Bereich der Internet der Dinge haben wir eine alte Nähmaschine aus dem letzten Jahrhundert mit moderner Bosch Rexroth Sensorik und Industrie 4.0 Technik ausgestattet. Als Beispiel haben wir dann diese Nähmaschine, die Daten erfasst und ins Internet gebracht, in die Bosch Cloud hochgeladen. Dort konnten wir dann die Daten intelligent analysieren und auswerten und so Vorhersagen über den Zustand der Anlage machen. In den Theoriephasen ist man immer in der Hochschule und hat Vorlesungen und während den Praxisphasen kann man dann das theoretisch Gelernte am Arbeitsplatz im Betrieb anwenden. Im Herbst werde ich meinen Master in Engineering Management in Kopenhagen beginnen. Danach komme ich zurück zum Bosch Rexroth und werde meine Arbeit entsprechend meinen neuen Qualifikationen fortsetzen. Have zum Moment! Great doin Sahne! ель Bistcard Build Probe Under 20 J V 2